Hallo und herzlich willkommen zurück in Heroes of the Storm mit mir, dem Lien. Boah, ich muss ehrlich sagen, es gab schon schlimmere Heroes. Ich habe mich schon mal mehr gequält. Aber momentan mit Sylvanas ist schwer. Es ist nicht einfach. Ich habe auch echt Pech, was die Teammates angeht. Dann hast du einen Abatur, der auf Schrecken skillt und die Hälfte des Spiels AFK ist. Leute, die nicht zusammenspielen, wo jeder so sein Ding macht. Dann hast du einen Rexha, der den Hero zum ersten Mal spielt und irgendwo rumeiert. Die Leute machen keine Tempel, die Leute, die machen keine Minen. Die machen mich alle wahnsinnig. Ohne Witz. Na ja, gucken wir mal, wie es in dieser Folge aussieht. Tagesziel von mir ist auf jeden Fall Sylvanas Stufe 5. Dann brauche ich erstmal ein Poissien. So ist das. Can brauche ich erstmal ein Poissien. Was nehmen wir jetzt für ein Reittier? Ja. No, no, no. Okay, wir haben Seratul, Nova, Kerrigan. Womit habe ich das verdient? Okay, wir können das Ding gewinnen, wenn wir splitten. Teamfights gewinnen wir, denke ich nicht. Ich denke nicht, dass es uns so möglich ist, Teamfights großartig zu gewinnen. So eine Fratzengeballer-Situation, ja. Ne? Na, mal gucken. Schnellsuche ist auch viel Mirror. Mirror, Mirror. Dann schauen wir mal. Mögen unsere Feinde durch unsere Hand fallen. Geh mal einer auf der bot lane. Wieso bist du support? Mit zwei Steals an. Mein Sehle ist mein eigener. No, no, no. Wieso stirbt unser Seratul, Mann? Was soll das denn schon wieder? Zu früh, Junge. Zu früh. Ah. Ja, jetzt. Hier. Nutz deine Chance. Der will mich doch. Ah, da ist er natürlich nicht am Start. Wird mal wieder Zeit, dass ich in der Abholkönig spielen kann. Ah, es ist auch so schwer zu verstehen für die Leute, ne? Der Sieg rückt näher. Helden, zockt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren. Die schaffen es ja nicht mal. Oh, Gott. ETC, Sylvanas, Malphurium, Valanova. Ja, ja. Kerrigan wird abgeholt. Nein, den war alle abgeholt. Unser Karasim, der... Wow, Ruckelparty. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Killt, killt Walla. Nein. Gut getötet. Ein ausgezeichneter Schlag. Nur was hier, nur was hier irgendwo. Ja. Gut Job. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. hat sie einen push mit ich glaube nicht, dass wir push mit irgendwas heißen, Alter, die haben ein normales Team mit Malfurium, ETC und Valla und... das war aber unterhalb komm, stopp! Nein, na junge Nein, 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 nein Huh So, das haben wir jetzt auch gekriegt Das ist ja schon mal wat War das denn? Ich komme Guys Hoffentlich kommen die so lange klar bis dass ich da bin Seratul stirbt, Nova auch Sophie dazu Hallo Komm, klatsch, zieh weg Nein, 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 what? Ey, was war das denn, ey? Ja, das müssen die aber locker kriegen, das sind nur noch drei Leute widerstehen, na gut, es sind alle fünf da, aber Alle lowlife, ne? Okay, das war's Ja, schön Da brauchen wir gar nicht hinzugehen Ach so Oh Jaaa, wollen die noch nen Boss machen, ne? Ja, die haben den Boss geholt, das ist natürlich, äh, unnetz. Nett, um es mal so zu formulieren, unnetz. Na genau, Junge, beste Tool-Ulti aller Zeiten wieder. Bitte lootet das doch nicht alle. Keiner looten, wenn überhaupt, ja. Nein, lasst mich nicht alleine hier. Oh Gott, Mann, was ist das für ne Aktion? Ja. Oh Gott. Was? Das scheint mir doch etwas übertrieben. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Voreingerissen. Let it be. Ja, das war ein sehr effektiver Fluch. Ich meine, er läuft ja noch, aber sehr effektiv. Ich habe einen der Mund. Mann, war ich mit Boss. Auf der Karte kann man den manchmal auch machen, wenn die Gegner noch leben, weil der Abstand halt so groß ist. Das geht manchmal. Oh man. Don't! Don't! Nova macht Camps. So weit ist es schon gekommen, Leute. Da kommt der Fisch. War eigentlich ne gute Ulti. Aber es hat nicht gereicht. Wenn die Gegner erstmal dazu kommen, uns zu verfluchen hier, dann haben wir ganz, ganz schlechte Garten. Oh no! Oh no! GG. Die nutzen den Fluch natürlich wunderbar. Perfekt, möchte ich sagen. Ja, so ist das. Was soll ich sagen? Bin jetzt auch ein bisschen frustriert. Guck mal, drei unten, zwei in der Mitte, ne? Guck mal. Hallo? 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 Ja, ich bin ganz ganz klar. Warte mal, drei unten, 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 drei unten. Genug! Der Fluch ist vorbei. Ich hoffe für euch, dass ihr Rest der Städte ausgemacht habt. Mal sehen, ich die echte hier. Ja, okay. Okay, lass was versuchen. Ich glaube nicht, dass es klappt, aber wir können es ja auch versuchen. Der war gequap und so, vielleicht klappt es ja. Oh, Besuch. Ah, jetzt schenken wir denen den Boss oder was? Oh, das war aber brutal. Ja, nice. Das war so klar. Oh, das war so. Was haltet ihr von deinem Angriff hier drüben? Wer wird um meine Gunst buhlen? So sehe ich das auch. Die haben einfach ein richtiges Team. Einen Healer, einen Tank Support mit Crowd Control und einen Waller DD und eine Sylvanas und wir haben Stelzer, Stelzer, DD, Spezialist DD und so ein halber Healer vielleicht. Halber Hahn! Na, jetzt geht es hier los. Stellt meine Geduld nicht in den Fuß. Nein! Wo ist der Rest des Teams? Ja, Kerrigan und Seratul haben hier oben lieber Mobs gemacht. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Sehr gut gemacht. Nein, ich wurde gefangen. Oh Mann. Ja gut, dann schlüpfe ich da auch mal rein. Ja, ach. Ja, ach nee. Treboot. Treboot für mich? Ah, es geht nicht. Ja. 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 Das war's für heute. Ist doch schon zu spät. Zu spät, 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 zu spät. Zu spät. Zu spät. Verwunschbar Wow, ich glaube im nächsten Match werde ich mal eine andere Skillung ausprobieren Je nach Karte und so ist klar, aber Und je nach Gruppenzusammenstellung, aber ich glaube ich probiere mal was anderes aus Irgendwie fühlt sich das nicht so cool an Nein, bin ich, mein Eifel Carrygen bittet um Unterstützung, der hat schon geschnallt, dass hier Boss-Action ist Hallo Carrygen Na, klappt nicht so gut Nein Nein Wild Rage Hammerhart No chance, sagt Karazim Primal Fear Ja, für Level 5 reicht es nicht, das war aber klar Die Stats für euch Die Talente für euch Ah Es ist so zum Beinen Ach so Seratul braucht also Lebensregeneration Tschüss 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 Sch previously Tö